Was sucht denn der Kopf von einem Franzosen in Ballnähe im deutschen Strafraum, nur weil die Hand geht ja, wenn der Eckball kommt ja und dann geht der die deutsche Hand nach vorne Richtung, weil ja der Gegner, aber du musst ja mal die Tatsachen im Dorf. Und in dem Moment war das kein deutsches Handspiel, sondern ein französischer Kopfball. Weil dann sehe ich das anders. Und der Lanz hat vollkommen recht, wenn der Waldi bei ihm sagt, das war kein Handspiel, weil da waren ja noch fünf andere, die das bestätigt haben. Also ganz klar. Und nur weil die Franzosen im eigenen Land noch nie ein Spiel vernarrt haben, wenn ein Turnier war, 84, 98 und jetzt, heißt das noch lange, dass ich als Weltmeister ausgeschieden werde, nur weil ich meine Chancen nicht reinbringe. Da muss ich doch mal ganz klar, so war das. Naja. 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 Naja.